Ich bin die Jutta Summer. Ich bin 50 Jahre alt, leite seit elf Jahren die Jugendherberge hier. Der Job ist eigentlich ein Allrounder-Job. Klassische Führungsqualitäten, Personalführung, Budgetplanung. Es ist aber auch wichtig im operativen Geschäft auch da zu sein. Speziell an dem Arbeitsklima hier in unserer Jugendherberge ist ganz einfach auszudrücken, das Team ist wirklich ein Team. Warum wir zum Beispiel jetzt so lange da sind, einfach wir sind ein tolles Team, das Haus ist toll, wir haben eine tolle Chefin, die nicht großzügig ist, wir haben viele Freiheiten, viel Spaß und jeden Ersten das Geld auf dem Konto. Der Gast sieht erstmal immer die einzelnen Jugendherberge, aber man darf ja nicht vergessen, wir haben über 40 Jugendherberge in ganz Bayern, die wir selber betreiben. Wir sind also eigentlich von der Größe her ein mittelständisches Unternehmen mit über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jeder kennt jeden, jeder mag jeden, jeder ist auf jeder Weihnachtsfeier, was ich schon mal ganz bezeichnend finde. Man geht gerne auf die Arbeit, also ich gehe gerne auf die Arbeit und alles was ich von den anderen höre auch. Ich habe sogar meine Tochter hier reingeschleift, weil ich es so gut fand. Die Jugendherbergen haben mich schon immer interessiert, weil es eine andere Atmosphäre ist wie im Hotel, die ist ein bisschen lockerer, ist aber ebenfalls international. Als Herbergsleiter ist es sehr wichtig, dass man in sehr unterschiedlichen Bereichen sehr schnell umschalten kann und sich immer wieder auf neue Situationen einstellt. Wir haben Kinder, Jugendliche, junge Familien und da muss es natürlich immer irgendwas geben, was Spaß macht, es darf nie langweilig sein und da brauchen wir natürlich die richtigen Mitarbeiter dazu. Ich glaube, das ist einfach die Freude am Job, dass man so lange auch in dieser Tätigkeit bleibt. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Kein Tag ist wie der andere. Jeden Tag stößt man auf neue Personen, auf neue Gesichter, auf neue Herausforderungen. Unser Team besteht aus mir und vier weiteren Kollegen. Wir sind ja ein relativ internationales Team. Ja, hallo, ich bin Vichit Kumpai. Ich komme von Thailand. Ich heiße Winkel Perez. Ich komme aus Mexiko-Stadt. Hallo, mein Name ist Yuzita Bongcion. Wenn ich eine Stellenanzeige schreiben würde, würde ich einfach nur schreiben, tolles Team, sucht tollen Mitarbeiter. Ein verrücktes Huhn, das gerne mit uns zusammenarbeiten möchte. Wie du? Ja, ich würde es ein bisschen ernsthafter gestalten. Die richtigen Mitarbeiter, das sind Mitarbeiter mit Ideen, die Spaß an der Arbeit haben, was bewegen wollen, mit uns gemeinsam im Team, weil das ist Gemeinschaft erleben. Mein Job ist sehr abwechslungsreich. Erfüllt und spannend. Wenn ich das mit einem Wort beschreiben würde, dann würde ich sagen lustig. Abwechslung pur. Traumjob. Abwechslung. Du bist ja. Untertitelung des ZDF, 2020